Ja, wir spielen auf Killbox, hallo, daher herzlich willkommen, wir spielen heute mit dem Retor oder dem Joachim auf Killbox mit... Oh, was hat der denn da zu suchen? Natürlich bin ich nicht gestorben. Nein, wir sind überhaupt nicht gestorben, gerade. Wir sind nur drastisch verreckt. War eine militärische taktische Aktion. Wir wollten nur austesten, ob die Gegner auch wirklich gut sind und wir haben herausgestellt, unsere Verbündeten sind schlecht und wir sind passend zu denen. Sind wieder... Was? Nein. Pass auf, die schießen durch die Mitte. Ja, wir sind die einzigen, die durch die Wand, die durch die Aufnahme-Lex... Lass uns mal nach rechts gehen. Du, lang gelaufen, Hilfe. Hier, hier, hier. Durch die Aufnahme-Lex, weißt du? Man ist mir... Ich bin eindeutig zu langsam. Oh. Jusuf ist tot. Oh, scheiße! Der Ruhe daneben. Oh, ich hab mein Leben für die Moskete geopfert. Fass. Steht er immer noch? Warte, wenn er rauskommt, erschieße ich ihn. Ja, du machst das schon. Von links kommt was. Von links hinten. Links hinten. Bin gerade am Nachladen. Was willst du von mir? Das war ja easy. Ich sag ja nur links hinten. Pass auf, dass der nicht... Ne, der kommt nicht raus. Der ist... Der da, von hinten! Schnell, lass uns... Was geht mit dir, Alter? No! Nicht ich! Halt! Stopp! Stehenbleiben! Toll! Du hast... Du hast mich geteamkilled! Du hast mich geteamkilled! Du hast mich geteam... Hä? Ich hab dich gar nicht angegriffen. Du hast mich erschossen. Falls dich das interessiert, hast du... Du hast mich erschossen. Nein! Die Map ist scheiße. Ich fand die Map, die wir eben gespielt haben, besser. Ja. Lebst du noch? Ja, aber du darfst nie in die Mitte gehen bei der Map. Ich wusste nicht mal, wo die Mitte ist. Die Mitte ist einfach gerade... Das ist ein Würfel übrigens. Der hat neun Seiten. Also sechs, meine ich. Der hat sechs Würfel, halt. Dann müssen wir uns erstmal hier die Map angucken. Kannst du mir sagen, wo der ist? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich bin der schöne Mann mit der... Du läufst gerade dahin, wo niemand ist. Na super. Sind alle von dir aus rechts. Rechts? Achso, klar. Okay. Jetzt rechts. Äh. Der lädt gerade nach. Und jetzt kommt einer von hinten. Und du wurdest geteam-killt. Ich wurde zum zweiten hintereinander geteam-killt. Und ich bin der Beste aus unserem Team. Du hast mich... Ich hab eben zwei Kills gemacht. Ich dachte, du hast mich... Nein, du hast... Ich hab gestern... Ich hab eben zwei Kills... Ich hab dich eben gerettet. Weißt du, so war das? Ich hab dich... Komm mal hier mal rein. Komm mal hier hin. Ich hab dich eben gerettet, weil hinter dir kam nämlich ein Schütze. Den hab ich abgestochen. Dann kam einer, ist zu mir im Nahkampf gegangen. Dann hast du mich erschossen. Pass auf, da ist einer. Da hast du mich erschossen. Und dann hat der andere den im Ticket geteam-killt. Uh. Ja, ich sag dir da... Achtung. Ich hab ihn auch nicht getroffen. Siehst du den da? Irgendwo hier wird gleich einer kommen. Hier ist keiner mehr. Dort der Bayer auf... Der Bayerische Linieninfanterist. Lass mich doch durch! Oh fuck. Ja, der trifft mich natürlich. Der trifft mich zu gut. Wie heißt der? Er hieß Liesus. Der spielt ja nicht mal in einem Regiment. Nee. Ah, das Dumme war, ich hab dich irgendwie blockiert, obwohl ich nur die Hälfte der Tür eingenommen hab. Ich wollte er weg. Oh fuck. Drei gegen mich? Ist das wirklich fair? Ah, fuck oh. Äh, ich meine... Verdammt doch. Mio, la colubio. Ai, 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 ai. Mexikaner. Italiano. Schrot sind Wörter hier. Der hatte einen Schrot... Der hatte... Der Österreicher, der gerade platt gemacht wurde, der Ragnamir, Ragnamir, hatte eine Schrotflinte. Ich möchte auch gerne eine Schrotflinte haben. Nein, willst du nicht, weil die trifft nichts. Nein, ohne Scheiß, das ist nicht so wie bei... Ich will doch keine Schrotflinte. Das ist aber nicht wie bei COD, wo du auf 5 Meter was triffst. Hier triffst du nicht mal auf 4 Meter was. Der steht 2 Meter von dir entfernt und nicht eine Kugel trifft. Vor allem die tötet nicht beim ersten Treffer. Easy, wo geht's lang? Wieder auf die Verliererseite, geil. Wir haben da zweimal gewonnen. Aber nicht zur Türcheck. Aber nicht auf mich schießen, ne? Oh, klar. Uh, der steht da. Hat der reingeschaut? Nein, das ist doch ein Gerst! Wir gehen nach links nächste Runde. Oh Mann, das ist... Oh, da wird doch nicht jemand richtig durchgemacht, Freunde. Und vor allem, er hat den Schlag schneller irgendwie losgelassen als ich. Das war natürlich... Ich hab ihn auch 2 Sekunden gehalten, also... Ich hätte nicht gedacht, dass er mich trifft von da. Du triffst von... Wenn der... Wenn der dich sehen kann, kann er dich auch treffen. So muss du... So muss die Regel lauten. Das entspricht aber nicht sehr krass... S-S-S-S-Ten-Logik. Nö, entspricht's auch nicht. Aber auf 2 Meter kann selbst... Meine Mutter nicht verfehlen. Brauch jetzt einen Kill, sonst werde ich hier als Lappen angestimmelt. Hast recht. Okay. 0,5 ist besser als ein... Minus 1 zu 5. Hier, er schießt auch rein. Ganz schnell schießen und wieder in Deckung gehen. Schießen, Deckung. Schießen, Deckung. So muss der... Geh einfach da in Deckung, dann kann ich auch keiner töten. Sehr schön. Hab 2. Da kommt einer, den kannst du abknallen. Da kann ich... Kommt... Schießen ab. Ja. Okay, das geht auch so. Achtung, der hat ne... Töt ihn. Ah, sehr gut. Ich wollte den Kill jetzt nicht snickern. Ja, ja. Hä? Was? Nee, das war einfach meiner. Ach, da ist einer. Achtung, der ist gut. Ach, aber nicht so gut wie ich. Wackeln. Ähm. Lol. Oder er macht so. Der hilft uns. Ich wollte es fairer machen. Stirb nicht. Keine Sorge, stirbst du auch nicht. Die Sicht. Ich muss in 5 Minuten. Wo gehen wir hin? Oder musst du noch die Map downloaden? Ja. Natürlich muss ich die downloaden. Ach, keiner mag Roses Kaya Imperia. Geben wir mal zu. Rrrrrr. Roses Kaya Imperia. Lol. Mit mir ist gerade nur einer auf dem Server. Gewonnen. Erste Runde. Ganz dezent. Puh, Arsch, ich bin nicht mal mit Map downloaden fertig. Äh, wir sind auch bis jetzt, sind wir auch nur zu zweit auf dem Server. Wir sind 1 gegen 1 gerade. Ich komme gleich. Jo. Ach, mein Trikot. Äh, welche, was du bist, kingdom, ne? Nein, ich bin Russe. Du hast eben gesagt, keiner mag Roses Kaya. Ja, jetzt kann ich nicht. Und jetzt, okay. Keiner mag Roses Kaya, deswegen bin ich da hingegangen. Oh, das ist mein Thron. Ich hab schon zwei Clips. Lebst du noch? Ja klar, ich steh hinter der Wand. Ich hab vielleicht ein Problem. Weil ich dich gleich Team kille. Nein, deswegen. Die Deckung ist nicht sonderlich gut. Die Deckung ist nicht sonderlich gut. Die sind da zu dritt. Die haben beide nicht nachgeladen gehabt und du flüchtest wie ein wildes Tier. Das weiß ich doch nicht, ob ich die nachgeladen habe. Drei gegen drei. Und der Beste aus dem Team ist tot. Was wird geschehen? Was hat der sich denn bitte für eine Scharfschützenposition gemeuchelt? Schieß auf den Seemann. Bloß kein Teamkill. Der kommt nicht. Ich auch nicht. Achtung, der hat angelegt. Der hat angelegt. Lad lieber nach. Lad lieber nach. Sag dir, wenn er kommt. Okay. Nochmal. Und nochmal. Und in der Ecke wurdest du auch noch weiter gemobbt. Report bitte. Ja, ich finde auch. Mr. Sandman. Erstmal gleich ein Steam Support Hackership. Ja, Report schreibt. Ausführlichen aber. Verdammt. Verdumt. Getroffen. Aber nicht. Durch Deckung kann man nicht durchschießen. Nein. Schade, ich sehe nämlich. Also doch. Aber das ist eine geringe Wahrscheinlichkeit. Also eigentlich nein. Ja. Nicht mich erschießen. Ab einen. Ich habe keine Position. Ja, egal. Der wird schafft. Aber was hat der denn für Probleme? Achtung. Achtung. Was soll ich machen? Das ist echt alt hier, ey. Jetzt habe ich mich zu sehr auf dich konzentriert und nicht gemerkt, dass die vorgerückt sind. Du musst, äh, du hättest ihn mit dem Schlag von oben versuchen können zu töten. Kann ich nicht hier, kann ich nicht auch, ähm, Dingsbombs gehen, hä? Wird es hier einfach... Parti, Partisan. Nein, weil, dann könntest du vom Server gebannt werden. Weiße. Weil du eine Muskete tragen musst. Ich bin ein Partisan. Das ist nämlich nicht sehr zu empfehlen. Okay, ich würde sagen, wir bleiben bis mal hier hinterm Zauber. Wo bist du? Ich greife jetzt mal an, ne? Ich greife an! Gage! Und ein Useless Man war's mehr. Das ist auch scheinbar. Ja, das ist wahr. Das ist jetzt aber nicht... Hä, wie kann der mich denn dadurch erschießen? Warte mal. Der hackt doch. Das kann doch nicht wahr sein. Scheiß Spielbaz. Also, um das abzurunden, ne? Ich muss so das geile Männchen hier oben zeigen. Schön verkrüppelt an der Wand hängen. Ich muss euch mal zeigen... Wie so eine Meliz aussieht. Komm ich nie mehr rein! Wo ist denn der Eingang in die Lüge? Komm ich nie mehr rein. Drück doch einfach linksklick. Dann bist du automatisch wieder bei einem. Ja, das wollte ich aber nicht. Das wäre ja langweilig. Hast recht. Das würde ja keinen Spaß machen. Die Briten verteidigen den Thron. Das ist natürlich auch nicht witzig. Ja, au. Echt? Oh, ja au. Wieso verbarrikadieren wir uns dann eigentlich so weit vorn? Yo. Mal gucken, wen ich jetzt von euch random abschieße. Das ist nicht witzig. Wird da weggehen. Ach, Quatsch. Jetzt wird geballert. Ich habe eine gute Idee, wie wir lange überleben. Was steht da? Lorde Axt. Lorde Axt. Das ist der Macher der Map. Komm, ich weiß, wie wir lange überleben können, ohne zu sterben. Und noch viel Schaden machen können. Ich habe mir den Platz von Mr. Sandmann gesnickert. Dann halt mich. Dann mache ich das auf eigenes Haus. Ich werde den König schützen. Wie sieht es da vorn so aus? Praktischer Rückzug. Ach, Jungs. Oh, ja. Oh, ja. Ist klar. Also. Ist klar. Ich merke schon unglaublich, äh. Unglaubliche Mechanics. Ich bin dafür, wir verbarrikadieren uns jetzt einmal hier hinten. Ja. Ja. Und dann gibt es ein Buttermesser-Charge. Wieso habe ich kein Buttermesser? Weil du nicht dieselbe Einheit hast wie ich. Aber du hast trotzdem eins. Warte. Block oben. Jetzt du. Seitlich schlagen, du Arsch. Oh, es sieht so aus, als ob ich ziemlich lecke. Mit elf FPS. Ich verstecke mich mal. Wir sind gar nicht hier. Wir sind gar nicht hier. Los. Buttermesser. Aller Tag. Na, sie haben sieben Kick gemacht. Gut. Wir schaffen es. Ach, schade. Na, noch einen. So, gleich mache ich aus. Zwei Runden spiele ich noch. Äh, was gehen wir? Ich muss die Map nach Dauern lagen. Okay, dann gehe ich mal Frankreich. Ach, das ist die Map. So, das ist schon immer. Dum, 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 dum. Oh, Frankreich. Wir sind schwul. Frankreich. Appshot. Oh, nein, doch nicht. Wonna Mie, wo bist du? Wonna Mie steht vorne an der Front D. Pass auf, da ist noch. Ja, das hat... Upsala, auch gerade geheißen. Kannst du zu mir kommen, mon ami. Ich zieh mich mal zurück. Achtung, da kommt der. Konntet nicht mehr wechseln. Hinter euch, der Typ ist runtergefallen. Ernsthaft. Du wurdest geteam-killed. Und ich hab Schluck auf. Und muss rülpsen. Das kriegt der Typ zurück. Das ist keine gute Kombination, Alter. Rülpsen und Schluck auf. Tut das nicht fürchterlich weh? Ja. Darum sag ich ja keine gute Kombination. Alter. Eben Schluck auf einen Rülpsen, Alter. Das ist ekelhaft. Oh, fuck. Ja, ich spiel Klavier. Aha. Jetzt müssen wir mal mit Teamkameraden. Ich würde dir empfehlen, zur Front zu gehen. Da unten ist keiner mehr. Aber da ist einer. Gib ihm! Gib ihm! Gib ihm! Oh, Noob. Was soll denn das? Wie viel Schaden hat der genommen? Kann man das irgendwie sehen? Du hast ihm zwei Schläge gegeben. Also würde ich sagen, von deinem Leben so unter einem halben Millimeter. Das ist fast tot. Ja, fast. Oh Mann. Schluck auf, ist nicht gut. Nach der Runde. Nach der Runde muss ich runter. Heute gibt's der, die, die Weltmeister, oder wie heißt der Film? Scheiße! Scheiße, ist der Film. Easy! Nice, danke. Den Film Scheiße kannte ich noch gar nicht. Aue! Ich backe! Aber kein Kuchen! Aue! Ich glaub an den! Wie denn? Ich backe fest und drei Schlage auf mich ein. Wie soll ich da was machen? Vor allem das Festbacken war ja schlimm, Alter. Wo bist du hin? Mit tot! Bist du runtergefallen? Ich wurde erschossen. Oh. Von hinterrücks. Na komm, gewinnen wir. Easy win. Easy. Okay, also würde ich dann sagen, tschüss bis zum nächsten Mal. Ihr guckt beim Predator vorbei und daraus noch ein schöner Abschied in den Tod. Guten Abend. Guten Abend! Nein! Da fehlt er mit. Ich wollte dich mal runterfallen. Oh, schöne weiße Welt. Ja. Das passiert, wenn man bei Mountain Blade ins Unendliche fällt. Man sieht nur noch weiß und seine Charakter. Und jetzt bin ich erschlagen worden. Also dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.